Hallo ihr Lieben, ich hatte gestern so eine schöne Erfahrung in dem Online Akasha Chronik Seminar, das ich gerade unterrichte, dass ich diese Erfahrung gerne mit dir teilen möchte, okay? Ich war präsent in einer Übungsaustauschlesung und dann haben die Meister und Lehrer der Dame durch mich noch verschiedene Antworten hinzugefügt. Sie war total gestresst, sozusagen in Deutschland sagt man, glaube ich, Burnout, hatte sie einfach zu viel war in ihrem Leben los und sie konnte keine Ruhe finden. Und der Hinweis oder die Antwort von den Meister und Lehrern war folgende. Morgens soll sie sich einen ruhigen Platz suchen und für zwei bis drei Minuten in sich eingehen und einfach nur Danke sagen für alles, was ihre menschliche Erfahrung betrifft. Zum Beispiel, danke, dass ich ein schönes Zuhause habe, danke, dass ich genug Essen habe, dass ich die Arbeit mache, die ich liebe, danke, dass ich gesund bin und stark und flexibel, was so die körperliche, die menschliche Erfahrung betrifft. Und dann abends wurde sie dazu aufgefordert, auch wieder in die Stille zu gehen für zwei oder drei Minuten. Danke für alles zu sagen, was die Seele betrifft. Danke, dass ich inneren Frieden finde. Danke, dass mein Herz ganz ruhig ist, dass meine Gedanken klar sind, dass ich diese Anbindung zu dem Universum spüren darf. Danke, dass ich Liebe spüre und sie ganz einfach weitergebe und auch einfach empfangen kann. Das sind nur Beispiele, okay? Also ich fande die Antwort so toll. Ich werde es jetzt auch in meinem Leben einfügen und ich hoffe, dass es euch inspiriert und ihr es vielleicht auch mal ausprobiert. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.